Hey. Eddie Adams, das ist der Colonel. Hi. Freut mich sehr, Eddie. Eddie ist an unserem Film interessiert. Tja, ich kann dir wohl kaum bessere Ratschläge geben als Jack. Aber überleg mal, wie wäre es mit einem neuen Namen? Einen neuen Namen? Lass dir einen Namen einfallen, der dir gefällt. Der ein bisschen mehr auf der Zunge zergeht. Ja. Verstehst du, Eddie, der Colonel kümmert sich um die Finanzierung unserer Filme. Das ist eine wichtige Aufgabe bei so einer Produktion. Ah, klar, klar. Ich freue mich schon darauf, dich in Action zu sehen. Jack sagt, du hast einen riesen Johnny. Tja, ich weiß nicht, wenn er das sagt. Kann ich mal sehen? Wirklich? Bitte. Ja. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Eddie. Gern geschehen. Danke, Eddie. Aber immer.